Geht's mit dem Sitzen zu Ressica? Ja, muss ja. Was ist denn? Magst du erstmal eine Wasserscholle für den Herzen? Ähm, Barbara, mir ist heute noch was härteren. Hast du vielleicht einen Schnaps? Hab auch einen schönen Wasserschollen-Schnaps, ja? Soll ich dir einen machen? Ja, gerne. Ich trinke aber erstmal nicht mit. Ist noch vor 10 Uhr morgens, ne? Nicht böse sein. Barbara, das ist dir sonst auch völlig egal. Nee, du kennst mich aber nicht mehr. Ich hab auch gehört vor 10 Uhr morgens zu trinken. Na ja, gut, okay. Ich mach's mir, ja? Ich trinke auch viel lieber alleine. Das ist mal's. Meine Liebe, der ist aber würzig. High Five, Alter. Hier ist dein Schnapper. Sollen wir dich mal aufbocken gehen? Ach, der neue Salon Nonsens kommt. Das wird geil. Ist ein Top-Salon. 1 1 1 2 2 2 2 Bis zum nächsten Mal.